Was kann ich dir immer schönes klauen? Oh, den Behindie-Chunk haben die gelassen. Und willkommen zurück zu Heroes. So, jetzt sind wir wieder in meinem Häuschen, in meinem Türmchen. Und mal gucken, was wir heute bauen. Heute haben wir nochmal eine... Wie gesagt, ich hab ja ein bisschen im Voraus aufgenommen. Deswegen habt ihr die letzten, ich glaub, 5 Folgen. Alles alleine mit mir. Ja. Aber diese Woche müsste eigentlich mehr ein Livestream sein. Und zwar, wenn alles klappt, am... Kurz überlegen. Donnersach. Ja, heute müssen wir Dienstag haben. Kann auch sein, nämlich wäre supergeil Fortou. Aber kann ja mal passieren. Guck mal, selbst der Chocobo, wenn ich mal einen hab, der hat richtig schöne Fackeln. Der wird stolz auf mich sein. Oh, ich seh schon, da fehlt noch was. Genau, hier auf dem Dach sollten vielleicht noch ein paar Fackeln. Was ich jetzt gerade interessant finde, sind diese leuchtenden Dinger da hinten. Will ich auch. Auch die Felder hier, die sind scheiße. Die müssen irgendwie anders. Aber Mist, da haben die halt unter dem Baum gebaut. Ja, super. Ja, super. So, rennen wir mal hier rüber. So. Ja, muss auf jeden Fall noch was drauf. Das sieht so was von mickrig da aus. Super mickrig. Und da dran könnte eventuell noch so ein Ding in die Richtung, wo dann auch nochmal so ein Beituum ist. Der aber oben schwebt. Können wir mal reinschreiben, weil er davon haltet. So ein schwebender Beituum. So, mal eben Lagebericht. Oh, ich hatte letztens hier eine richtig geile Idee, wie man das hier machen könnte, aber wieder vergessen. Ne, gar nicht. Man könnte das Wasser so runterlaufen lassen. Hier entlang. Und vorne raus. Dad schiebt 13 tot. Zander starb an der Mobfalle. Ja, muss man noch ein bisschen aufräumen. Genau, Bäume wollte ich immer pflanzen. Bäume, Bäume. Und zumindest ein paar Bäumchen. Wie ruhig das hier ist eigentlich, ne? Wenn hier keine, wenn man keine Monster hier hört, wie hier. Oh, gut. Ah, jetzt. Wollte schon sagen, wo sind die denn? Wo sind die denn hin? So, da noch was hin? Oh, ah ne, Pilze. Ich dachte schon, da wäre irgendwas geiles. Pilze sind da nur. Oder man macht da halt richtige Bäume hin, in so, so, ähm, ja, in so Blumenkästen im Grunde. Oder in so Kies oder, ja, muss man mal gucken. Ich lasse die erst mal wachsen. Ich gucke mal, was da rauskommt. Ich gucke mal, was da rauskommt. Wird wahrscheinlich super geil sein, was da rauskommt. Ich könnte aber mal was gucken. Und zwar Ghostblog. Wie mache ich den Ghostblog? Camouflagepaste. Was ist das denn, Alter? Camouflagepaste. Da war ich 1, 2, 3. Warum bewegt sich das denn so viel? 1, 2, 3, 4. Ach gut, da brauchen wir im Grunde nur ganz viel Farbstoff. Von allen Sachen. Weil das ist im Grunde schon mal die Vorbereitung meiner Superfalle. Ganz viel Farbstoff von allen Sachen. Dann packe ich mal eben die Steine weg. Soll ich gerade oben das Dach weiterbauen? Jetzt mal hier, ähm, lustige Steine. Okay. Da fällt mir gerade ein, oben sollten 3 Fenster, 3 hohe Fenster sein. Fenster, die 3 hoch sind. So rum. Farbe, 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 Farbe. Kein Bock, hey, keinen Bock einzusortieren, dann wird einfach weggeschmissen. Oder auch nicht. Zwar einfach die Holzkiste aufmachen, müssen alles rein, fertig. Egal. Empty Capsule. Aber die Capsule an sich steht doch da. Noch eine Empty. Ah ja, genau, das war ja in einer anderen Stadt. Scheiße. So, Farbstoff. Hier ist noch Essen drin. Essen, was hier auf keinen Fall reingehört. Ah, ich verstehe gar nicht. Manche haben echt Probleme mit Nahrung. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das alles habe. Das hatte ich auf einmal. Richtig cool. So, Phoenix, weder. Farbstoff. Im Grunde bräuchte ich da Blumen, ne? Blumen, Knochenmehl. Ich weiß auch gar nicht, auf welchem Blumen man hier alles was machen kann. Steine? Was machen da denn Steine? Sehr gut. Ich kann ja aus jeder Blume was machen. Das ist ja geil. Was war da? War da irgendwas mit Gehirn? Achso, für den Block an sich. Da bräuchte ich Gehirne. Okay. Wird dann aber ein schlauer Block. Und er da in der Mitte. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, was ich da brauche, aber das sah sehr wüst aus und irgendwie war das wild gemischt an Farbe. Wahrscheinlich brauche ich hier irgendwas. Nee, so einfach ist er dann doch nicht. Brauche ich wohl noch ein paar mehr Farben. Cotton Seeds. Könnte die Farbe natürlich auch noch hellblau machen jetzt? Oder hell... Hellgrau, dann habe ich immer noch nicht genug. Äh. Gehe ich noch mal eben bei den anderen gucken, was die für Blümchen haben. Was habt ihr für Blümchen? Und, schon einen Baum gewachsen? Guckst du um die Ecke? Nee. Boah. Super leck. Nur weil ich schnell gelaufen bin. Richtig geil. Die ganze Stadt hat keine Blume mehr. Kann ich mit der Sonnenblume was machen? Purple. Cotton Seeds war nix. Okay. Oh. Oder war das Absicht, dass hier so Blümchen gesät haben? Kann sein, aber jetzt sind sie weg. Ich brauche Farbe, Jungs. Farbe. Für schöne Fallen. Was ist das denn? Hm. Hat sich angehört wie hier. Oder auch nicht. Egal. Was kann ich denn jetzt hier bauen? Bah, braun. Gysal. Gelb. Orange. Sunflower. Samen. Okay. Farbe ist schon mal gut. Farbe habe ich viel jetzt. Light Grey, Purple. Ich habe so viele Blöcke brauche ich auch gar nicht, ne? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also acht hätte ich schon mal. Ich weiß ja nur nicht mehr, was ich hier noch für Farben brauche. Fresse. So, was haben wir denn da noch? Da ist noch was. Ein paar Glöckchen, okay. Und dann kann ich mir schöne Camouflage-Blocks bauen. Für ein paar schöne Fallen. Können wir machen, dass einer einfach in die Wand eingebaut wird. Wenn einer mal kein Ninja Deja dabei oder Decker dabei hat, dann ist es vorbei. So. Wird doch wohl reichen jetzt. Ist das Bone White? Bone Meal? Och ne, was ist der Scheiße? Irgendwann mache ich falsch. Kann doch nicht sein. Warte mal, Camouflage-Block. Wollt ihr mich verarschen oder was? Oh, ich sehe gerade. Blau. Da ist sogar Lapis bei. Lapis Lazuli. Was mich da jetzt nicht weggeschmissen haben, weil ich da hatte. Ich würde da bestimmt... Oh, Bodenschätze ist ja gut. Ich habe Lapis. Ich habe keine Ahnung, was ich hier für Farbe brauche, ne? Fick dich doch. Grey Dile. Es geht da sogar mit einem einzelnen Block da drum. Da war jetzt gerade nur Tinte drum. Ink. Ink-Sack. Fünf Stück habe ich noch. Sag bloß, ich baue euch die ganze Zeit hier so einen Scheiß-Block, der nicht funktioniert. Gleich mache ich was anderes. Gleich mache ich was anderes. Ich warne dich. Kaktus-Grün. Oh, sind da die normalen Farben? Warte mal ganz kurz. Vor-Ring-Stahl? Nee. Wildgemisch stört drei? Wo ist der Problem jetzt? Ich verstehe nicht. Ich verstehe echt nicht. Na, komm, mach mal noch so. Mach mal hier einen hin. Der kommt da hin. Das kommt da. Okay, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Schreibt mal in die Kommentare, was ich hier genau machen muss. So ist das doch scheiße. Oder ich mache mein nächstes Mal im Browser was auf und gucke dann hier einfach rüber. So ist doch kacke. So, da ist jetzt die Sachen drin für die supergeilen Blöcke. So. Einmal wieder auf Wanderschaft. Der repariert sie echt von alleine. Der muss ja einfach im Inventar rumlaufen oder was? Keine Ahnung. Und dann neben so einer Leuchte hier im Inventar. Hier, hier, der Apfel leuchtet auch gut. So, was sagt denn die Tic Tac? Alles klar. Holz. Portale, 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 Portale. Ich wollte oben in der Portalkammer noch was haben. Hm, genau. Genau, und zwar Alter. Schilder mitnehmen ist ja geil, aber Portale wären auch gut. Rift Remover habe ich. Scroll of Escape brauche ich dann noch. Was ist die denn? Ich weiß, dass ich... Ja, genau, ich glaube, die waren hier. Jetzt fängt wir an mit den Kisten. Und wann... Ausrüstung. Nee. Da gehörten die aber eigentlich rein. Ich weiß, dass ich genau... Also, ich weiß, dass ich noch welche habe. Hier. Die kommen jetzt aber in Ausrüstung oder ein Werkzeug, besser gesagt. Für mich ist das ein Werkzeug. Wenn du Bescheid bist, so, jetzt passt mal auf. Geht geil. Rift Signatur. Tür brauche ich da nicht. Dann geh jetzt mal runter. Und nehme hier das Stadtrotportal. Und mache hier... Mache hier ein neues hin. Geht halt eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Stadtrot. Stadtrot. So, jetzt kommt der weg. Die sollen ja nicht in meine Richtung. Rift Remover. So. Oh. Der muss weg. Einfach mal abgebaut. Was haben die denn hier? Was kann ich denn hier mal Schönes abgreifen? Was kann ich hier mal Schönes klauen? Oh, den Behind-Chunk haben die gelassen. Oh, der Baum löst sich auf. Cool. Das ist auch was, ey. Ein Baum in der Wüste. So ein riesiger. Was ist doch gar nicht. Bam. Oh, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Stadtrot ist schon mal gut. Jetzt gehen wir nochmal runter. Wie gesagt, ich wollte unten im Portalraum aushebeln. Das war quasi... Das der unnütz ist. Stadtrot haben wir da. Stadtblau. Okay, ich will so ein Ding mitnehmen. Ich bin ja gut organisiert hier. Stadtblau. Demnach muss ich nur einmal hoch. So, Stadtblau. Dann machen wir da mal hier diese... Diese wunderschöne Rift. Flupp. Stadtblau hier durch. So, die Tür können die eigentlich wegmachen, weil sonst wird's gefährlich. Sonst wird's gefährlich. Sag bloß... Ne, gar nicht. Wollte schon sagen. Sag bloß hier nochmal drin. Ich brauche natürlich eine coole Tür und deswegen kommt die genau hier rein. Die kommt genau... Obwohl, die baue ich gleich wieder weg. Ich will dann hier unbedingt, dass die hier in meine... In meinem Zentrum reinkommen. Ja, genau, weißt du. Ich will gerade die Axt da rein tun. Da habe ich da irgendwas anderes in der Hand. Was ist denn das denn? So. Flupp. Da wo ich jetzt gar nicht meine Scroll benutze. Das kann ich ja noch durch die Tür hier durch. Die lasse ich mal noch stehen. Genau, hier ist die Mitte. Mitte ist eigentlich ganz gut. Dann mache ich hier eine hin. Oh, das ist zu Mitte. Das ist zu mittig. Oh ne, ich habe was vergessen. Wie ich immer vorgestern, erstes Portal zu setzen, ne? Das erste Portal zu setzen. Krass, da sind hier oben die Türen schon belegt. Mitte. Das ist aber ärgerlich. Tür 1. Warte, ich halte mal lieber nicht in der Hand. Lieber nur ein Brot in der Hand halten. Das ist sicher. Ich halte mal. Und. Rift Signatur rein. Dann machen wir das hier weg. Aber der kann bleiben. Kann bleiben. Ist ein Hintergedanke hinter. So, sehr gut. Jetzt haben wir schon mal ein paar Portaltüren von unten hochgelegt. Und bald wird sich nur noch mit Portaltüren hier im Turm fortbewegt. Aber ist cool. Na gut, dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr als nächstes gebaut haben wollt hier. Ich würde fast schon sein, den Turm weiter hochziehen. Und ansonsten sage ich bis im nächsten Part. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Und wie.